16. März 2019 15 Uhr 26 RIGS t-online.de nach Tagesschau-Abbruch Jan Hofer grüßt aus der Waschanlage Nachdem Jan Hofer am Donnerstagabend bei Kollegen und Tagesschau-Zuschauern noch große Sorgen auslöste, zeigt sich der 67-Jährige einen Tag später gut gelaunt auf Instagram. 16. Quelle t-online.de Gruß aus der Waschanlage Einen Tag nach seinem Tagesschau-Abbruch zeigte sich Jan Hofer gut gelaunt auf Instagram. 16. Quelle t-online.de Seit fünf Jahren steht ihm Fong Lan Thuong zur Seite, auch als Jan Hofer am Donnerstagabend die Tagesschau völlig abrupt beenden musste. 17. Doch wer ist seine Lebensgefährtin eigentlich? Erinnern Sie sich noch an diese Tagesschau-Sprecher? Die Sorge um Jan Hofer war groß. 17. Am Donnerstagabend hat der Nachrichtensprecher während der Live-Ausstrahlung der Tagesschau abrupt beenden müssen. Er wirkte angeschlagen, musste sich am Studiotisch abstützen. Ohne Verabschiedung endete die Sendung. 18. Später gab Jan Hofer Entwarnung, er habe Medikamente nicht vertragen, die ihm wegen eines verschleppten Infekts verschrieben wurden. 19. Der vierfache Vater sei schon wieder auf dem Weg der Besserung, kuriere sich zu Hause bei seiner Familie aus. 20. Zu Hause bei seiner Familie heißt in Hamburg bei seiner Freundin Fong Lan Thuong und dem gemeinsamen Sohn Henry. 20. Jan Hofer, diesen Frauen schenkte er sein Herz. Im Sommer 2015 zeigte sich Jan Hofer zum ersten Mal an der Seite von Fong Lan Thuong. 20. Zu diesem Zeitpunkt hatten der Nachrichtensprecher und die über 25 Jahre jüngere Deutsch-Vietnamesin bereits seit anderthalb Jahren eine Affäre. 20. Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden, sagte die 41-Jährige im vergangenen Jahr der Gala. 21. Bei einem Treffen habe sie ihn nett, aber nicht so spannend gefunden. Ihm ging's genauso. 22. Bei uns war es eher Liebe auf den 100. Blick, Fotoshow, diesen Frauen schenkte Jan Hofer sein Herz. Sie wurden ein Paar, machten ihre Beziehung bei den Bad Hersfelder Festspielen publik. 23. Sechs Monate nach ihrem ersten öffentlichen Auftritt wurde Jan Hofer zum vierten Mal Vater. Fong Lan Thuong hat einen gesunden Jungen namens Henry zur Welt gebracht. 23. Heute weiß sie, Jan ist die Liebe meines Lebens. Der Altersunterschied von 27 Jahren störe sie nicht. Jan ist so dynamisch. Der hatte mehr Power als ich. Fong Lan Thuong arbeitet als Geschäftsführungsassistentin in einem Hamburger Verlag. Sein ältestes Kind kam 1971 zur Welt. Zuvor war Jan Hofer 15 Jahre lang mit seiner Managerin Conny Modauer liiert. 24. Davor war er bis 1996 mit Schlagersängerin Anne Karin Mayer verheiratet. Das Paar wurde Mitte der 80er Jahre Eltern zweier Söhne. In die Ehe hatte Jan Hofer bereits eine Tochter mitgebracht. 25. Die erblickte 1971 die Kasekundenlicht der Welt, als sich der Nachrichtensprecher noch im Studium befand. Zu seinem Alter gibt es übrigens verschiedene Angaben. Seit Jahren wird spekuliert, ob Jan Hofer nun 1950 oder 1952 zur Welt kam. Er selbst behauptet, er sei 1954 geboren. Somit